Flux FM in digitaler Gesellschaft. Durch diese Maßnahme soll die Identität von Tatverdächtigen festgestellt werden können, wenn jetzt zum Beispiel andere Ermittlungsverfahren oder Maßnahmen aussichtslos sind und keinen Erfolg gebracht haben. Dabei geraten aber auch unweigerlich unbescholtene Bürger ins Visier der Ermittlungsbehörden, die sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort mit Verdächtigen aufhalten. Besonders problematisch ist, dass die FZA sehr oft angewendet wird, fast 20.000 Mal im letzten Jahr allein in Niedersachsen, wie jüngste Zahlen zeigen. Aber auch in Berlin wird die Maßnahme immer häufiger genutzt. In welchen Fällen die FZA nun tatsächlich sinnig ist, überhaupt genutzt wird, ob sie ein wirksames Mittel darstellt oder ob es vielleicht doch andere Alternativen gibt, das wollen wir jetzt klären mit Alexander. Und Alex, ich würde sagen, damit wir ein bisschen in dieses Thema einführen, kannst du vielleicht am besten gleich nochmal erklären, was ganz genau die FZA ist, wie die funktioniert? Ja, also im Prinzip ist das relativ simpel. Man hat ein Verbrechen und dieses Verbrechen passiert an irgendeinem Ort und dann geht man davon aus, dass die Leute zum Beispiel ein Telefon dabei hatten und telefoniert haben. Und dann versucht man eben herauszufinden, über die Funkzelle, also das bedeutet überall auf den Dächern stehen immer so Handymasten und ein Handymast ist, mal grob gesagt, eine Funkzelle. Und wenn jetzt eben im Gemüseladen unten um die Ecke ein Raub stattgefunden hat, dann guckt man halt, wo ist der nächste Mast und dann sagt man, in dieser Funkzelle wollen wir wissen, wer sich eben zum Zeitpunkt dieses Raubs aufgehalten hat, um dann eben herausfinden zu können, möglicherweise, wer der Täter war. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt, also man hat eine Nummer und fragt dann, wo hat sich diese Nummer aufgehalten? Also es gibt eben diese individualisierte Funkzellenabfrage, wo ich sozusagen eine Information schon habe, eine persönliche Information, wie eben diese Mobiltelefonnummer. Oder ich frage eben nicht individualisiert einfach Ort und Raum ab. Und ja, genau, das ist sozusagen erstmal der technische Umfang. Und da ist eben auch die Schwierigkeit, weil wenn du Ort und Raum abfragst, kann es eben auch sein, dass du wahnsinnig viele Leute dort eben. Gleichzeitig mit auf dem Visier hast oder im Visier hast. Wie gesagt, wenn man sich einfach mal umschaut, wo solche Handymasten stehen, dann sind es ja zum Beispiel eben auf Wohnhäusern. Das bedeutet, da wohnen halt auch einfach schlichtweg Leute, die da auch vielleicht ab und zu mal kommunizieren in ihrer Wohnung. Die sind zum Beispiel mit erfasst. Oder wenn man eben größere Flächen abfragt, dann können da eben auch einfach Leute sein, die irgendwie gerade einkaufen sind. Oder eben in Städten ist das halt sehr sensibel, diese Maßnahme. Weil wenn man jetzt zum Beispiel Friedrichshain nimmt, dann sind da halt schon mal schnell 100.000 Leute, die man da überwacht mit so einer Maßnahme. Und das ist eben auch die große Gefahr. Also es gibt sehr, sehr viel Beifang bei solchen Auswertungen. Und man weiß eigentlich auch gar nicht so genau, ob das dann halt wirklich effektiv und effizient ist, diese Maßnahme. Also es gibt natürlich immer wieder Anekdoten, wo erzählt wird, dass eben so eine Funkzellenabfrage nützlich war. Das kann man sich ja auch gut vorstellen. Also so Bandenkriminalität zum Beispiel, die dann halt zum Beispiel durch eine Stadt ziehen und dann halt eben sich ein bestimmtes Gebiet ausgesucht haben, wo sie jetzt eben über einen gewissen Zeitraum so Verbrechen begehen. Dass man dann sagen könnte, okay, vielleicht kann man die eben über so eine Funkzellenabfrage erfassen. Nur organisiertes Verbrechen ist in der Regel auch ganz gut aufgestellt. Die werden dann wahrscheinlich ihre Handys eher zu Hause lassen und auf andere Kommunikationsmittel umsteigen. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder Anekdoten, aber wir wissen überhaupt nicht zum Beispiel die Relation. Also wie viele Funkzellenabfragen haben stattgefunden und wie oft hat eben diese Funkzellenabfrage dann tatsächlich auch zu einem Ermittlungserfolg geführt. Beziehungsweise die Leute, die eben auch noch mit in dieser Abfrage stecken, also wenn es jetzt was Anonymisiertes ist, wissen ja auch gar nicht, dass sie da jetzt eben auch mit in diesem erlauchten Kreis sind. Genau, also das ist das eine. Also es gibt zwar die Pflicht eigentlich, die Betroffenen zu informieren, wenn sie eben Teil so einer Funkzellenabfrage war. Nur versucht man das ein Stück weit zu umgehen. Das ist ein ganz interessantes Manöver, was man sich da ausgedacht hat. Nämlich wenn die Polizei sagt, es gab diesen Beifang, aber wir haben die Daten ja gar nicht wirklich ausgewertet. Also die waren zwar mit dabei, aber wir haben jetzt keine weiteren Ermittlungsschritte zum Beispiel unternommen. Dann wird gesagt, dann gibt es auch kein Interesse von den Leuten, dass sie da informiert werden, weil wir haben ja de facto gar nicht so viel mit den Daten gemacht. Deswegen informieren wir sie gar nicht erst. Also das ist natürlich auch eine merkwürdige Logik, die dahinter steckt. Und das ist auch eines eben dieser großen Probleme, dass wir auch überhaupt gar nicht wissen, wie viele Personen am Ende tatsächlich eben in so einer Funkzellenabfrage mit überwacht werden, obwohl sie völlig unbescholten sind und überhaupt nichts mit dem Fall zu tun haben. Jetzt würde man ja aber trotzdem vermuten, die Polizei kann ja jetzt auch nicht einfach dahergehen und sagen, so wir checken jetzt einfach mal hier die Funkzelle, sondern es muss schon auch einen richterlichen Beschluss, diesen richterlichen Vorbehalter geben. Funktioniert sowas oder funktioniert es nur bedingt? Gibt es da Probleme? Also es ist eben auch im Gesetz vorgesehen, dass wenn man jetzt eben so eine Funkzellenabfrage machen will, dass man eben zum Richter gehen muss und den den Fall vorstellen muss und der muss dann darüber entscheiden. Nur ist es zum einen so, dass es halt sehr viele Fälle sein können, die dann einfach anfallen und es ist eben auch nur ein Richtervorbehalt. Also das bedeutet, es wird jetzt irgendwie keine andere Seite gehört oder es wird jetzt auch kein Beschuldigter gehört, sondern der Ermittlungsstand wird sozusagen dem Richter vorgelegt. Der schaut dann drauf, also ist es zum Beispiel überhaupt in dem Strafkatalog, der angewendet werden darf, um diese Maßnahme zu benutzen, also eben zum Beispiel schwere Kriminalität, organisierte Kriminalität. Ist der erfüllt? Gibt es tatsächlich eben einen Tatverdächtigen oder möglicherweise eben die anderen Maßnahmen, die bisher durchgeführt wurden, haben nicht zum Ermittlungserfolg geführt? Und dann kann der sagen, okay, jetzt wird diese Maßnahme durchgeführt. Aber das ist natürlich keine wirklich weitreichende Überprüfung, die hier stattfindet. Und da sieht man eben auch, dass solche Maßnahmen auch im Nachhinein hin und wieder auch von Gerichten kassiert werden, wo dann eben gesagt wird, hier hat eben eine zu ausufernde Überwachung stattgefunden, also dass eben zu lange überwacht wurde oder zu viel überwacht wurde, also räumlich zu viel überwacht wurde. Also da gibt es einige Fälle, die eben bekannt geworden sind in der Vergangenheit, wo eben trotz Richtervorbehalt eben dann festgestellt wurde, dass hier zu Unrecht überwacht wurde. Und wenn man sich jetzt aber auch vorstellt, 20.000 Fälle allein in Niedersachsen, dann ist es natürlich auch ein ganz schöner Haufen Arbeit für die Richter, da jedes Mal irgendwelche Sachen zu unterschreiben und dann erstmal ins Detail zu gehen. Oft drängt ja dann auch die Zeit, wird ja dann auch ganz gerne mit angewendet von der Polizei. Ihr kritisiert jetzt, dass die FZA also zu häufig genutzt wird, sprich es muss oder ihr habt sicherlich dann auch Anwendungsbeispiele oder Beispiele aus der Vergangenheit, wo das Ganze nichts genutzt hat. Ja, also da gibt es Unmengen von Beispielen sozusagen, wo das nichts genutzt hat. Eines der größten Fälle in der Vergangenheit war eigentlich, wo man 2011 in Dresden eine Anti-Nazi-Demo überwacht hat und dann eigentlich die Südvorstadt von Dresden über den ganzen Tag komplett überwacht hat. Also jeder, der an einer Demonstration teilgenommen hat, also auch noch sein demokratisches Recht wahrgenommen hat, um sich in irgendeiner Art und Weise zu äußern, dann eben überwacht wurde, weil er an einer Demonstration teilgenommen hat. Und da sind dann über 800.000 solche Verbindungsdaten angefallen, die dann eben überwacht wurden und das ist natürlich ein gigantisches Ausmaß. Und hier hat dann eben auch im Gericht den Nachhinein gesagt, also das ist halt rechtswidrig, was hier passiert wurde. Es gibt auch Fälle in Berlin zum Beispiel, wo dann eben gesagt wurde, bei einem Taschendieb wurde dann eben diese Funkzellenüberwachung angewendet, obwohl er dann zum Beispiel auch danach sogar noch eben die Tasche weggeschmissen hat, weil er gemerkt hat, dass er verfolgt wurde. Also es ist eigentlich de facto gar kein wirklicher Schaden entstanden, es war alles noch da. Auch da wurde zum Beispiel die Funkzellenabfrage angewendet und sowas gibt es sehr viel. Und man muss natürlich auch sagen, also es heißt immer, in der Begründung für so eine Funkzellenabfrage müssen alle anderen Maßnahmen vorher ausgeschöpft sein. Also das ist sozusagen das letzte Mittel, was man hat. Und auch hier hat man festgestellt, dass oft Anfragen gestellt werden, obwohl zum Beispiel DNA-Spuren am Tatort gefunden wurden, aber noch gar nicht ausgewertet wurden. Das würde dann angeblich zu lange dauern, deswegen muss man jetzt schon die Funkzellenabfrage machen. Und hier zeigt sich ja ganz klar, dass das Problem eigentlich eher ist, dass nicht genug Personal offensichtlich dann bei der Polizei da ist, um zum Beispiel diese Daten auszuwerten, bevor dann so eine Überwachungsmaßnahme stattfindet. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, dass hier dann eben Begründungszusammenhänge aufgemacht werden, die dazu führen, dass hier die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern mit Füßen getreten werden. Und das heißt aber natürlich auch, dass du dann eben wieder so ein systemisches Problem hast. Das heißt, du hast verschiedenste Baustellen, wo eigentlich angepackt werden müsste. Aber wie würde denn jetzt eurer Vorstellung nach so eine sinnige FZA aussehen? Na, zunächst einmal wäre es sehr wichtig, dass wir auch Statistiken bekommen. Es ist nämlich so, dass wir jedes Bundesland im Grunde einzeln anfragen müssen, ob sie uns die Daten zur Verfügung stellen können. Das müssen dann eben meistens Abgeordnete über kleine Anfragen machen. Und das macht dann auch nicht jedes Bundesland. Also nicht jedes Bundesland führt darüber Statistik. Nicht jedes Bundesland ist gewillt, Informationen rauszurücken. Die Informationen sind komplett unterschiedlich. Also wenn man zum Beispiel auf Bundesebene guckt, da sagt dann die Bundespolizei sowas wie unter 50 Fälle. Wie viele das sind? Das ist also, sind es 49? Oder ist es einer? Das sind eben Informationen, mit denen man jetzt nicht wirklich arbeiten kann. Dann sagt zum Beispiel in Niedersachsen, wir haben 20.000 Funkzellenabfragen gemacht. In Berlin sagt man zum Beispiel, wir hatten 300 Fälle, in denen wir ermittelt haben, wo dann auch bei allen nie wirklich gesagt wird, wie viele Leute denn zum Beispiel auch tatsächlich am Ende überwacht wurden. Das wäre ja zum Beispiel auch mal eine Information, die wichtig ist. Und es wird eben auch überhaupt keine Information darüber rausgerückt, wie oft eben diese Funkzellenabfrage dann auch tatsächlich zum Ermittlungserfolg geführt hat. Weil wenn das in einer Million Fälle nur einmal der Fall ist, dann muss man auch dieses Mittel hinterfragen. Wenn das jetzt aber in 100 Fällen 99 mal der Fall ist, dann mag das ja tatsächlich eben eine sehr sinnvolle Maßnahme sein. Und um das zu beurteilen, brauchen wir einfach die Informationen und die Statistiken. Die bekommen wir aber nicht und deswegen muss durchaus angezweifelt werden, ob es sich hier eben um eine effektive und effiziente Maßnahme handelt. Unter den aktuellen Voraussetzungen, so wie wir eben die Funkzellenabfrage jetzt beurteilen, müssen wir sagen, dass das Mittel eigentlich zu sehr in die Grundrechte eingreift. Es keine Verhältnismäßigkeit gibt, weil wir eben nichts Genaues darüber wissen und deswegen muss sie eigentlich abgeschafft werden. Noch kurze Frage, weil du hast es auch gerade schon angesprochen. Eine Problematik ist, dass man bei Funkzellenabfrage auch gar nicht genau wie viele weiß, wie viele Leute tatsächlich jetzt im Visier standen, im Fokus standen. Wenn von Fällen gesprochen wird, wenn von einer Abfrage gesprochen wird, kann ich denn jetzt persönlich auch überprüfen, ob meine Daten irgendwann schon mal überprüft wurden oder ob ich in so einer Abfrage mal gelandet bin? Das Witzige ist ja, dass es eigentlich diese Informationspflicht gibt. Das Problem ist, die wird einfach nur nicht genutzt. Also es wird einfach eben gesagt, du warst zwar in dieser Abfrage drin, aber wir unterstellen dir, dass du dieses Interesse nicht hast. Deswegen müsstest du eben selbst aktiv werden. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass man einen Brief dann sozusagen an die Ermittlungsbehörde schickt und eine Datenauskunft einfordert. Man müsste dann aber wissen, welche Ermittlungsbehörde das ist. Also man schreibt dann jetzt eben an die Berliner Polizei zum Beispiel und fragt halt mal, ob die Telefonnummer schon mal in irgendeiner Art und Weise mit überwacht wurde. Und wenn man sich da jetzt ein bisschen unsicher ist, wie man so eine Anfrage stellt, dann gibt es dafür auch eine ganz gute Internetseite, datenschmutz.org heißt die. Da kann man sich so ein Formular zusammenklicken. Das gilt auch für alle anderen Behörden, für alle anderen Auskunftssachen. Da kann man zum Beispiel auch so ein Dokument mal an die Schufa schicken oder sowas. Und da wird einem sozusagen ein Formular vorgelegt, dass man dann eben auch einen rechtssicheren Text eben an solche Behörden oder Institutionen schicken kann. Wo man eben alle Informationen, die man da angeben muss, auch entsprechend in so ein Formular eintragen kann. Das ist sehr hilfreich. Also datenschmutz.org kann ich jedem mal empfehlen, wer solche Auskunftssachen machen will. Die dort mal hinzugehen, sich solche Formulare auszudrucken und die dann halt entsprechend zu verschicken. Und aber wie gesagt, das Kernproblem ist eigentlich nach wie vor, dass die Leute nicht informiert werden. Das ist eigentlich auch das Mindeste, dass hier Leute automatisch informiert werden. Das ist ja eigentlich auch kein Problem, technisch gesehen. Ja, man macht so eine Funkzellenabfrage. Man kriegt vom Provider die Information, wer ist in dieser Funkzelle eben. Diese Information wird ausgewertet und dann eine SMS an alle Leute, die eben in dieser Tabelle stehen, zu schicken und zu sagen, du wurdest übrigens gerade überwacht, ist eigentlich technisch kein Problem. Auch hier scheitert es oft an den Kosten. Aber auch da muss man sagen, wenn man die Kosten auf sich nimmt, um solche Ermittlungsmaßnahmen einzuführen, dann muss man auch die Kosten dafür tragen, eben die Verhältnismäßigkeit zu wahren und diesen Informationspflichten entsprechend auch nachzukommen. Genau so ist es. Es gibt also doch argen Verbesserungsbedarf, was die Funkzellenabfrage betrifft. Zum Thema könnt ihr euch natürlich auch noch ein bisschen genauer informieren. Es gibt auf netzpolitik.org eine ganz schöne Zusammenfassung auch nochmal für die aktuellen Statistiken, was Niedersachsen diese 20.000 Fälle zum Beispiel betrifft. Da wird auch nochmal ganz gutes Thema umrissen. Sicherlich auch bei euch auf der Seite der digitalen Gesellschaft. Also informiert euch, wenn ihr Lust habt, beziehungsweise auf datenschmutz.org könnt ihr dann auch konkret Formulare runterladen, wer also, und das ist ja eben auch das Ding, ein bisschen zu viel Zeit hat, weil man muss dann eben auch wieder diese Zeit investieren. Das ist Zeit, Energie. Aber wer halt sagt so, jetzt will ich es aber genau wissen, hätte theoretisch die Möglichkeit dazu. Datenschmutz.org wäre die entsprechende Seite. Danke dir erstmal, Alexander Sander von der digitalen Gesellschaft und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.